Kommunistische Organisation Hörbuch C. Folgen des chinesischen Kapitalexports für die Werktätigen in den Zielländern Aus der schnell wachsenden Kreditvergabe der chinesischen Banken ans Ausland ergibt sich natürlich umgekehrt entsprechend eine wachsende Verschuldung der Empfänger gegenüber China Nach Daten der Weltbank, die im Durchschnitt wie oben ausgeführt um etwa 50% zu niedrig sind hat China im Zeitraum 2000 bis 2018 allein an afrikanische Länder Kredite mit einem Umfang von 152 Milliarden US-Dollar vergeben und hält etwa 17% der Staatsverschuldung aller afrikanischen Länder Die offiziell ausgewiesenen ausstehenden Forderungen Chinas gegenüber den Ländern der Belt and Road Initiative betrugen 2017 215 Milliarden US-Dollar Einige Länder innerhalb und außerhalb der neuen Seidenstraße sind dabei durchaus in einem Maße bei China verschuldet das ihren Staatshaushalt stark belastet Djibouti, dessen Auslandsschulden fast ausschließlich von China gehalten werden ist gegenüber China mit über 25% seines BIPs verschuldet Auch die Republik Kongo und Laos schulden China über ein Viertel ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung Zwischen 10 und 25% des BIP liegt der Anteil bei Togo, Sambia, Mosambik und Kambodscha Während 25% des BIP für ein entwickeltes Land mit einer hohen Rate der Kapitalakkumulation und wirtschaftlicher Stabilität noch moderat sind, kann ein solches Niveau für arme Länder wie die genannten, die entsprechend viel höhere Zinsen zahlen müssen, direkt destabilisierend sein Bei vielen Regierungen aus weniger entwickelten Ländern ist China als Adresse für die Aufnahme von Krediten vergleichsweise beliebt Das liegt vor allem daran, dass die chinesischen Staatsbanken, anders als der IWF oder die Weltbank, keine politischen Bedingungen stellen Sie fordern vom Kreditnehmer nicht die Privatisierung von Staatseigentum, die Entlassung von öffentlichen Angestellten, die Senkung von Gehältern und Renten und so weiter und so fort Wie es zum Beispiel der IWF oder im Fall der Krise der Eurozone die Troika-Taten bzw. Tun Von diesem zurückhaltenderen Ansatz erhoffen die Regierenden in China sich für immer mehr Regierungen in Afrika, Asien, Lateinamerika und teilweise sogar in Europa als attraktive Alternative zu den USA und dem um sie herum gebildeten imperialistischen Pol zu erscheinen Wie der steigende politische Einfluss Chinas vor allem, aber nicht nur in Afrika und Südost sowie Zentralasien zeigt, ist diese Strategie bisher sehr erfolgreich Laut westlichen Regierungen, insbesondere der US-Regierung, verfolgt China dabei einen gezielten Plan Diese Behauptung wurde bereits mehrfach als falsch widerlegt Es handelt sich dabei um ein Element der antichinesischen Propaganda-Offensive der westlichen Regierung und Medien Also als ideologische Flankierung des zwischenimperialistischen Konflikts zwischen den USA und ihren Verbündeten einerseits und China andererseits Tatsächlich ist eine kohärente Strategie der chinesischen Regierung in diese Richtung nicht nachzuweisen Die Infrastrukturprojekte wurden nicht einseitig von China aufgezwungen, sondern auch von der Bourgeoisie der Zielländer aus eigenen Interessen verfolgt Chinesische Banken erlegten ihnen dabei keine besonders harten Bedingungen auf, sondern waren in der Regel bereit, über Umschuldungen zu diskutieren Behauptungen, wonach China sich kritische Infrastruktur wie Häfen und Flughäfen seiner Schuldner unter den Nagel reiße, sind ebenfalls nicht belegt Ein von den USA immer wieder hervorgehobenes Beispiel für die angebliche chinesische Schuldenfallendiplomatie ist Sri Lanka Der mit chinesischen Krediten gebaute Containerhafen in Hambantota und die Zahlungsschwierigkeiten, in die das Land damit geriet Auch dieser Beleg gehört aber ins Reich der Propaganda Das Projekt ging von der Regierung Sri Lanka aus, beruhte auf Empfehlungen und zwei westlichen Gutachten Und wurde erst, zu üblichen Konditionen, an die Exim Bank aus China vergeben, nachdem die USA und Indien einen solchen Deal verweigert hatten Es ist also unsinnig, China als moderne Kolonialmacht oder besonders übles Beispiel einer imperialistischen Macht darzustellen Wenn solche Kritik aus Europa oder den USA kommt, also Ländern mit einer langen Geschichte des Kolonialismus Die selbst immer wieder ärmere Länder in solche Schuldenfallen getrieben haben Ist sie in der Tat besonders heuchlerisch und verlogen Doch sind chinesische Kapitalexporte auch für die Arbeiterklasse der Zielländer deshalb ein Grund zur Freude? Haben sie einen grundsätzlich menschenfreundlichen Charakter, menschenfreundlicher als die Kapitalexporte anderer Länder? Sehen wir uns die Folgen der chinesischen Expansion für die Arbeiterklasse in den Partnerländern anhand von ein paar Beispielen an Griechenland 2016 nutzte die staatliche chinesische Großrederei Costco, einer der weltweit größten Konzerne in der Handelsschifffahrt, die Tatsache aus, dass Griechenland massiv von der kapitalistischen Krise betroffen war und kaufte 51% des Hafens von Piraeus, einem der größten Containerhafen Europas Für Costco gab es aber, wie für die anderen Kapitalisten in Piraeus, ein Problem Die Dockarbeiter im Hafen von Piraeus haben eine lange Tradition des Klassenkampfes gegen das Reedereikapital Unter der Führung der klassenkämpferischen Gewerkschaftsfront Pame nutzten sie ihre Kampfkraft immer wieder, um den Hafen lahmzulegen und damit in Verhandlungen erheblichen Druck auf die Kapitalseite auszuüben Das Kapital wiederum reagierte damit, die Nazi-Partei Goldene Morgendämmerung zu fördern und als Schläger-Truppe gegen die Gewerkschaftsbewegung Kommunisten und antifaschistische Aktivisten einzusetzen Die Verbindung zwischen Reedereikapital und Nazis sind in Griechenland bekannt und zeigen sich auch darin, dass die Goldene Morgendämmerung im Parlament stets konsequent für die Interessen der Schifffahrtsgesellschaften eintrat Auch Costco wurde von Seiten der Gewerkschaften eine Zusammenarbeit mit den Neonazis vorgeworfen Sicher ist zudem, dass auch der chinesische Staat direkte Beziehungen zu den Neonazis in Griechenland unterhält 2017 und 2018 gab es mindestens zweimal Treffen der chinesischen Botschaft in Griechenland mit einer Delegation der Goldenen Morgendämmerung, um die weitere Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden Ländern zu diskutieren Während also die Kommunistische Partei Griechenlands einen organisierten Kampf gegen die Faschisten im eigenen Land führte und diese immer wieder für mörderische Überfälle Pakistan 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 hat sich in den vergangenen Jahren von einem historisch engen Verbündeten des US-Imperialismus, beispielsweise seit den 70ern in den Strategien der USA in Afghanistan, zu einem engen Kooperationspartner Chinas gewandelt Diese Umorientierung folgt einer Verschiebung der internationalen Kapitalströme So ist China inzwischen der größte Kreditgeber Pakistans, da chinesische Banken allein etwa 30% der gesamten Auslandsverschuldung Pakistans halten Die zum großen Teil durch chinesische Infrastrukturprojekte in Pakistan im Rahmen der Belt and Road Initiative angehäuft wurden Die Lebensbedingungen großer Teile des pakistanischen Volkes sind bekanntlich nach wie vor von großem Elend geprägt Besonders arm ist die große Provinz Belutschistan im Südwesten, in dem es eine Bewegung für nationale Unabhängigkeit von Pakistan gibt, die von der pakistanischen Regierung mit staatsterroristischen Mitteln bekämpft wird China hat sich nicht nur bedeutende Ausbeutungsrechte für Gold und Kupfer in der Region gesichert, sondern investiert auch in den Hafen der Stadt Qadar, die zu einem wichtigen Knotenpunkt des China-Pakistan Economic Corridor als Bestandteil der BRI ausgebaut wurde Die chinesischen Bauprojekte zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung, die größtenteils vom Fischfang lebt Indem chinesische Investoren in einem Radius von 70 Kilometern um Qadar herum Land aufgekauft haben und neue Jobs weitgehend direkt an mitgebrachtes Personal aus China vergeben wurden Da die einheimische Bevölkerung dafür auch nicht die notwendige Qualifikation erlernt hat Das lokale Ökosystem empfindlich geschädigt und mehrere Fischarten ausgerottet wurden wurde die bereits elende Lage der örtlichen Bevölkerung noch weiter verschlechtert Die pakistanische Regierung hingegen profitiert gemeinsam mit den chinesischen Konzernen von den Geschäften und setzt sie mit Gewalt gegen den Widerstand des Volkes durch Angesichts der Interessen des chinesischen Kapitals an den Bodenschätzen und Handelsrouten der Region ist es wenig verwunderlich, dass China sich im Belutschistan-Konflikt klar auf die Seite des pakistanischen Staates stellt Und sich zur Zusammenarbeit in gemeinsamen Antiterror-Operationen gegen die separatistische Bewegung bekennt Doch der chinesische Kapitalexport bedroht auch die Lebenslage der Arbeiterklasse und der Kleinbauern im Rest von Pakistan Die Kommunistische Partei Pakistans beklagt in einer Stellungnahme, wie das chinesische Kapital zur Verschlechterung der Lebensbedingungen der werktätigen Bevölkerung des Landes beiträgt Zitat Zitat Ende Kommunist Party of Pakistan 2021 Statement of the Central Secretariat after Central Committee Meeting Südostasien In Südostasien versucht China, seine wirtschaftlichen und politischen Interessen mithilfe verschiedener Hebel durchzusetzen Auf die militärische Besetzung von Inselgruppen im südchinesischen Meer wird weiter unten eingegangen Den herrschenden in China kommt auch die Geografie entgegen Denn die südostasiatischen Länder Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam und Kambodscha sind alle vom Wasser des Mekong-Flusses abhängig Den China flussaufwärts aufstaut und damit die Wassermenge für die südlicheren Länder reduziert, was deren Landwirtschaft potenziell gefährdet Wie auch der Konflikt um die Krim zwischen Russland und der Ukraine bzw. konkret die Wasserversorgung aus dem Dnieper gezeigt hat Kann die Kontrolle über Flussvorläufe und das Abschneiden der Wasserversorgung für das flussabwärts gelegene Gebiet ein wichtiges machtpolitisches Instrument sein Vor allem die schwächeren südostasiatischen Staaten wie Laos und Kambodscha geraten dadurch in eine erhebliche wirtschaftliche Abhängigkeit von China Laos ist hochverschuldet, ein großer Teil dieser Schulden besteht gegenüber China Laut einer Studie von 2019 lagen die laotischen Staatsschulden gegenüber China bei 45% des BIP von Laos Zustande gekommen ist diese Schuldenlast vor allem durch eine Schnellbahnlinie von Südchina in die Hauptstadt Ventiane sowie eine Reihe von Staudämmen, die mit chinesischen Bankkrediten im Umfang einiger Milliarden US-Dollar gebaut wurden Des Weiteren ist die staatliche Elektrizitätsgesellschaft EDL mit mindestens 5 Milliarden US-Dollar verschuldet Stand Ende 2022 Und das bei einem BIP von etwa 19 Milliarden US-Dollar Weshalb sie an den chinesischen Staat überschrieben wurde Während die chinesische Regierung großen Wert darauf legt, gerade die strategischen Sektoren wie Energieversorgung und Transport als Garant ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit in chinesischen Händen zu behalten und sie deshalb teilweise bis heute für ausländisches Kapital sperrt hat sie offensichtlich umgekehrt keinerlei Hemmung, diese Wirtschaftszweige in anderen Ländern unter ihre Kontrolle zu nehmen Afrika Die Aktivitäten Chinas auf dem afrikanischen Kontinent sind vielfältig und umfassen zahlreiche Projekte zum Ausbau der Infrastruktur und zur Ausbeutung von Ressourcen, die China für seine schnell wachsende Industrie benötigt Die chinesische Propaganda stellt, ganz ähnlich wie die der westlichen Staaten ihre wirtschaftliche Expansion in Afrika grundsätzlich als eine Entwicklungszusammenarbeit dar die im beiderseitigen Interesse liege Auf diese Rhetorik, die nichts anderes ist als eine Neuauflage der alten Lüge dass der Kapitalismus letzten Endes Wohlstand für alle zu bieten habe fallen auch bemerkenswert viele Linke auf der ganzen Welt herein Das ist erstaunlich angesichts der allgemein bekannten Tatsache dass auch chinesische Unternehmen in Afrika aus Profitmotiven investieren und es nicht tun würden wenn sie nicht darauf hoffen könnten, ihre Investition mit einer satten Gewinnmarge zurückzubekommen Dabei sollte eigentlich zumindest die Frage naheliegen weshalb dann die chinesischen Investitionen grundsätzlich besser sein sollten doch sehen wir uns ein paar Daten und Beispiele an Auch auf dem afrikanischen Kontinent ist China inzwischen der größte gläubiger Staat und hat nach Schätzungen allein zwischen 2006 und 2017 Kredite im Umfang von 132 Milliarden US-Dollar an afrikanische Länder vergeben Etwa 20% der gesamten Verschuldung afrikanischer Länder im Ausland besteht demnach gegenüber China Allerdings handelt es sich dabei um Schätzungen, da offizielle Daten nicht vorliegen Wie oben dargelegt gehen einige Wirtschaftswissenschaftler davon aus dass die tatsächliche chinesische Kreditvergabe deutlich höher liegt Auf der anderen Seite zeigen diese Daten auch dass der Großteil der afrikanischen Auslandsverschuldung immer noch aus anderen Teilen der Welt kommt Das heißt überwiegend aus Europa und den USA Die zusammen immer noch für die meisten imperialistischen Aktivitäten auf dem Kontinent verantwortlich sind Eine Tatsache, die von den westlichen Medien die vor dem wachsenden chinesischen Einfluss waren gerne ausgespart wird Die chinesischen Aktivitäten konzentrieren sich in manchen Ländern besonders Da ist zum einen Djibouti der Standort der ersten chinesischen Marinebasis im Ausland dessen Auslandsverschuldung zu mehr als drei Vierteln von chinesischen Gläubigern gehalten wird Bei Sambia lag der chinesische Anteil an seinen Auslandsschulden 2017 bei 73,5% Sambia ist eines der afrikanischen Länder die immer wieder durch Konflikte zwischen den Arbeitern vor Ort und chinesischen Kapitalisten auffielen Die unsicheren Arbeitsbedingungen in den Bergwerken des Landes sind berüchtigt Nach einem Bericht von Human Rights Watch von 2011 sind Arbeitsschichten von 12 bis 18 Stunden an der Tagesordnung obwohl Gesetze des Landes theoretisch eine Obergrenze von 8 Stunden vorsehen Arbeitsbedingungen und Sicherheitsmaßnahmen seien sogar noch schlimmer und Löhne niedriger als in den Bergwerken anderer ausländischer Investoren Bereits 2005 waren mindestens 50 sambianische Arbeiter bei einer Explosion in einer chinesischen Kupfermine ums Leben gekommen 2010 eröffneten zwei der Manager der chinesischen Kohlemine in südlichen Sambia das Feuer auf Arbeiter die gegen die schlechten Arbeitsbedingungen protestierten 12 Bergarbeiter wurden verletzt zwei überlebten nur knapp mit Schüssen in den Kopf und in die Brust 2012 kam es zu Protesten von Arbeitern vor derselben Kohlemine wobei wiederum fehlende Sicherheitsmaßnahmen angesichts der lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen und sehr niedrigen Löhnen beklagt wurden Die chinesischen Eigentümer setzten Streikbrecher ein woraufhin es zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den protestierenden Arbeitern und dem chinesischen Personal kam und anscheinend unbeabsichtigt ein Chinese ums Leben kam Die Ereignisse in Sambia stellen keinen Einzelfall dar Auch in Zimbabwe ist China als Investor in vielen Infrastrukturprojekten aktiv und hat beispielsweise ein neues Parlamentsgebäude gebaut 2020 kam es hier zu einem öffentlichen Skandal als ein chinesischer Unternehmer zwei Arbeiter in seinem Bergbauunternehmen in die Hüfte sowie in den Unterkiefer schoss Anlass waren Auseinandersetzungen um den Lohn Zitat Die Löhne sind oft sehr niedrig und werden oft nicht pünktlich ausgezahlt Wenn jemand auf seine Rechte als Arbeiter besteht und verlangt, was er verdient werden sie angegriffen oder erschossen Zitat Ende So ein Sprecher einer lokalen Umweltorganisation Weitere Fälle ließen sich aufzählen wenn es an dieser Stelle um eine umfassende Darstellung des Agierens chinesischer Monopole in Afrika ginge Doch auch diese Fälle sollten ausreichend belegen dass die häufig kursierenden Behauptungen wonach chinesische Kapitalisten in Afrika eine grundsätzlich menschenfreundlichere Rolle spielen würden als die anderen Länder ins Reich der Legenden gehört Gleiches gilt für die anderen aufgeführten Beispiele Der chinesische Kapitalexport erfolgt mit dem Zweck Profite zu generieren die von den chinesischen Monopolen das heißt vom Staat und den chinesischen Kapitalisten angeeignet werden Umweltauflagen, Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz und vor allem eine Arbeiterklasse die sich organisiert und für höhere Löhne kämpft schränken die Profite ein und werden deshalb von den Kapitalisten bekämpft Hier unterscheiden die chinesischen Kapitalisten sich nicht von ihren Kollegen aus anderen Ländern sei es aus Deutschland, Südkorea oder Brasilien aus Deutschland aus Deutschland aus Deutschland Vielen Dank.